Gerhard Wienerns, das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Für viele Schüler bedeutet das jetzt, eine Lehrstelle zu suchen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie stehen momentan die Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Grundsätzlich hat die positive wirtschaftliche Entwicklung dazu geführt, dass die Wirtschaft die jungen Menschen aufnimmt. Das heißt also ausbildungsgeeignete, ausbildungsmotivierte junge Menschen finden in der Regel einen Ausbildungsplatz. Die Relation von Nachfrage und Angebot ist wirklich sehr günstig und das über alle Branchen hinweg. Es gibt allerdings auch Verlierer dieser Entwicklung. Das sind die jungen Leute, die Probleme in ihrer schulischen Biografie haben oder aus prekären sozialen Verhältnissen kommen. Diese sind schwieriger unterzubringen. Das ist so die eine Tendenz. Die andere Tendenz ist insbesondere in Baden-Württemberg haben wir die Situation, dass sich die schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten geöffnet haben. Das ist die Diskussion über die Werkrealschule, die hier eine große Rolle spielt. Da für diese Schulform kein Notenschnitt vorliegt, ist es einfach so, dass viele junge Menschen ihre schulische Biografie schlicht und einfach verlängern. Die Caritas Baden-Württemberg hat ja jetzt die Betriebe auch dazu aufgefordert, Leistungsschwächeren Schülern ebenso eine Chance zu geben und zu fördern. Welche Förderung brauchen denn gerade diese Jugendlichen? Zunächst einmal muss man sagen, dass wir ja strukturelle Jugendarbeitslosigkeit seit Mitte der 80er Jahre haben. Über die Bundesrepublik Deutschland hinweg hat diese Gesellschaft es sich erlaubt, im Schnitt 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die pro Jahrgang die Schule verlassen, nicht in Ausbildung zu nehmen. Ich würde es mal so formulieren. Diese gesellschaftliche Entwicklung spricht ja zu den jungen Menschen, insbesondere zu denen, die aus sozialen, nicht so begünstigten Verhältnissen kommen. Und sie hat die Konsequenz gehabt, dass sich die jungen Menschen darauf eingestellt haben. Das heißt, sie haben sich auf ein Leben ohne Erwerbsbiografie eingestellt. Jedenfalls eine ganze Reihe von denen. Wenn sich jetzt die Situation verändert und die Betriebe nach ihnen rufen, dann heißt es jetzt nun keineswegs so, dass die einfach den Schalter umlegen. Und von gestern auf heute sagen, hurra, wir machen jetzt eine Ausbildung. Ausbildung. Und das ist in der Tat auch nicht der Fall. Das heißt, es gibt einen relativ harten Kern, ich würde es mal so sagen, von jungen Menschen, die für sich eine andere Lebensperspektive zunächst einmal definieren. Und hier geht es um diese Menschen. Und das ist eine doch erhebliche Zahl. Man schätzt die bundesweit auf ungefähr 400.000 junge Leute. Und hier ist auch die Wirtschaft gefragt. Das heißt, sie muss auf diese jungen Menschen zugehen und sie muss auch die Ausbildungssituation so gestalten, dass diese jungen Leute nicht nur einen Ausbildungsplatz bekommen, sondern auch die Chance haben, ihre Ausbildung erfolgreich zu Ende zu führen. Das Caritas Bildungszentrum in Freiburg versucht ja auch eben, solchen benachteiligten Jugendlichen zu helfen, sie zu fördern. Wie schaut es genau aus? Können Sie da ein Beispielprojekt nennen? Also bisher haben wir natürlich vorrangig sozusagen am individuellen Jugendlichen oder am jungen Erwachsenen angesetzt. Wir haben sozialpädagogische Begleitung gemacht. Wir haben Empowerment-Angebote. Wir haben Trainings, Coaching-Maßnahmen und so weiter in den letzten 20 Jahren im Maßnahmenportfolio gehabt. Wir haben seit Beginn dieses Jahres eine Maßnahme gemeinsam mit dem Jobcenter Freiburg, der Arbeitsagentur und auch unter Finanzierung des Europäischen Sozialfonds ins Leben gerufen. Diese Maßnahme zielt jetzt auch auf flexible Strukturen in der Ausbildung. Diese Maßnahme heißt gestufte Ausbildung. Das Gestufte daran ist, dass, wenn ein Ausbildungsvertrag zustande kommt, dann zunächst einmal ein zweijähriger Vertrag abgeschlossen wird. Ich nehme hier einfach ein Beispiel. Das ist die Fachkraft für Lagerlogistik. Das ist ein zweijähriger Ausbildungsberuf, der etwas Theorie gemindert ist und der für diese Zielgruppe eigentlich auch zugeschnitten ist. Die zweite Stufe besteht darin, dass bei einem erfolgreichen Abschluss der junge Mensch ein Jahr im Betrieb arbeiten kann. Das ist eine Option, die kann der oder die Auszubildende wählen. Und dann zündet die dritte Stufe. Die sieht so aus, dass dann der Betrieb verpflichtet ist, den Lagerlogistiker, das ist nämlich die dreijährige Ausbildung, dann sozusagen noch anzubieten. Und wir glauben, dass insbesondere mit diesem Programm auch schulschwächeren oder leistungsschwächeren jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, individuell angepasst in ihrem Tempo sich hier in der Ausbildung auch entsprechend einzubringen. Welche Jugendlichen kommen denn überhaupt zu Ihnen ins Bildungszentrum? Wie kommen Sie sozusagen an diese Gruppe der benachteiligten Jugendlichen ran? Da muss man zweierlei sehen. Formal ist es so, dass die sogenannten Bedarfsträger, das sind diejenigen, die auch das Programm finanzieren, in dem Fall die Agentur für Arbeit Freiburg und das Jobcenter Freiburg, uns formal diese jungen Menschen benennen und zuweisen. Fakt ist aber, dass wir durch ein sehr differenziertes System an Hilfestellungen bereits an der Schule tätig sind. Wir sind an sämtlichen Hauptschulen mit anderen Trägern zusammen in einem Programm. Das ist vertiefte Berufsorientierung. Wir haben Jugendberufshilfe im beruflichen, schulischen Bereich. Das heißt, wir kennen eigentlich sämtliche Schülerinnen und Schüler, für die es jetzt ansteht, den Übergang in Ausbildung zu managen. Und aufgrund dieser sehr dichten, intensiven persönlichen Betreuung wählen wir dann gemeinsam mit den Bedarfsträgern handverlesen sozusagen die jungen Menschen aus, die wir für dieses Programm vorsehen. Was meinen Sie, wo liegt auch die größte Hürde für diese Jugendlichen, allein selbstständig auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen? Nach wie vor ist es so, dass das System der beruflichen Ausbildung, wir haben in Deutschland ja ein duales System, ohne jetzt ungerecht zu sein, aber in der Breite noch so aufgestellt ist, dass sie sagen, wir nehmen motivierte, orientierte Leistungsträger, Leistungsträgerinnen. Und die tun sich sehr schwer, eben auch junge Menschen eine Chance zu geben, die nicht so klar orientiert sind. Das zeigt sich zum Beispiel im Umgang mit Bewerbungen. Nach wie vor ist es in einigen Branchen so, dass Bewerbungen nicht beantwortet werden, dass erfolglose Bewerbungen nicht zurückgeschickt werden. Im persönlichen Gespräch, im persönlichen Bewerbungsgespräch, diese nicht sehr zielgruppenorientiert geführt werden, nicht sehr wertschätzend sind, sondern es wird eben sehr stark immer noch auf Funktionieren in der Norm, in der guten alten Norm geachtet. Das schließt eben diese jungen Menschen, die nun mal so sind, wie sie sind, zunächst einmal dann doch, ich will nicht sagen aus, aber es legt die Hürde sehr hoch. Was wir also hier auch brauchen, ist mehr Verständnis auf beiden Seiten, auch mehr Verständnis von den Betrieben für diese Zielgruppe, mehr Verständnis für in gewissen Grenzen abweichendes Verhalten und abweichendes Auftreten. Und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, diesen jungen Menschen eine Chance zu geben. Wie schaut es jetzt ganz konkret bei Ihnen aus? Wie fruchten da Ihre Bemühungen? Ist das Bildungszentrum tatsächlich für viele Jugendliche ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt? Absolut, absolut. Also ich will mal die Erfolgsgeschichte schlechthin darstellen. Da gibt es die sogenannten berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen. Die richten sich an Schülerinnen und Schüler, an junge Erwachsene, die nicht mehr berufsschulpflichtig sind und die nach zehn Schuljahren immer noch keinen Ausbildungsplatz haben. Wir haben ungefähr pro Jahr 60 bis 80 junge Menschen allein im Bildungszentrum aus dieser Zielgruppe. Die Übergangsquote in der Ausbildung liegt bei 75 Prozent. Das heißt also, diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in zwei Stufen vorher, nämlich an den allgemeinbildenden Schulen und dann auch an den beruflichen Schulen, in ihren Bewerbungsbemühungen nicht erfolgreich waren, die kommen zu uns. Und aus dieser schon sehr eingeengten Zielgruppe schaffen wir 75 Prozent in den ersten Ausbildungsmarkt. Jetzt konkret in Bezug auf das Thema gestufte Ausbildung. Wir sind ja erst am Anfang. Wir sind im ersten Jahr. Wir haben circa 30 Interessentinnen und Interessenten und wir haben jetzt aktueller Stand sechs Ausbildungsplätze unter Dach und Fach, wobei ich einschränkend dazu sagen muss, dass nicht alle von diesen tatsächlich in gestufter Form sind, sondern da sagen dann die Betriebe, na wenn wir jetzt schon einen haben, dann kriegt er auch gleich einen ganzen Ausbildungsvertrag. So. 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 Vielen Dank.